ARD Text im Auftrag von Funk und ich habe ein Wort jetzt kommen sie schon es kommen sie wie die Nassen etwas mehr zu lösen war er und er hat mir also folge Nummer 25 Prozent heute mit Prozent der Porta jetzt ein paar also ich stehe schon ganz oben das springt mich aus dem Konzept wenn ihr immer fehlt so was er vor grüß sich erst mal und mit dabei ist noch selbst so kauf Grüß'n. Der Opate. Hallo. Der Hatzl. Grüß'n. So und jetzt gehen wir mal rein. Spielsuchen, Herrschaft und auf jeden Fall Schwanz so dermaßen auf den Tisch gehauen, so bis sich Holz splittert, ey. Und dazu muss ich eh was sagen, ich hab vor uns noch von einer guten Freundin aus dem Stars-Clan hab ich eine Nachricht bekommen und da kann ich noch eins dazu sagen, oh, ich war blöde, mein Ballon, ey. Das ist krass, ey. Das ist so krank gewesen. Das verstehst du nicht, Laos. Das verstehst du nicht, Laos. Eigentlich hab ich auch erst mal dort übers geguckt, ne. Unten steht das da, ne, und du tust die ganze Zeit hohes Gollen und da kommt nichts anderes, nur Weiß, ne. Oh, ey, übers geil. Vor allem ist das sechsliche Akzent, äh, Akzent, das ist schon wieder zwei-doppelt-geil. So, hier auf jeden Fall Wasteland und, äh, wir kommen bei A raus, ich geh zu A und dann zu B. Oder hier, geht jemand klein zu B. Ähm, da machen wir mal rein. Mach ich Teil B, mit der Hatze. Okay, gut, okay. Ich mach D. Wieviel? Mit B. Ich mach, ich mach von A bis Z, ne, komm nicht durch. Alles klar. Oder ich mach auch nichts, weil ich ne, ne, komm. Wieso du, yes! Ja, warte, jetzt bin ich da. Wollt schön sagen, ey. Bravo, gesichert! Bravo, gesichert! Okay, wir haben schon zwei Punkte. Ja klar, weil wir sind einfach mal viel zu schnell für dich. Wir sind wie Houdini. Wir tauchen oft in dem einen und hauen wieder ab. Da. Oh, ich hab'n Assi bekommen. Ja, bei A. Zwei, äh, zwei Mann bei A. Wir haben Alpha verloren! Wir dürfen mal sehen, wie's da bei C aussieht. Oh, Alter! Du Wichser! Dann kommt eh noch rein. Ich halbe alle wieder mit der MG. Geht jemand zu A? Oh, ne, Charlie, mach den mal gut. Ich bin bei A. Ne, doch ne, doch ne, Charlie nicht. Da war ich grade da worden, aber zwei. Hängt sich immer jemand ans andere MG Richtung Charlie ran, bitte? Geht da los, wenn ich meine Vorräte gut hab. Wie, du musst Vorräte holen? Ich mach das doch auch nicht! Oh mein Gott! Okay, A haben wir, B auch. B, A, da sind wir welche. Von der Seite! Kommt doch drunne. Von der Seite kommt jemand! Ja. Wir verlieren Bravo! Deine Mutter folgt ja auch. Wir haben B verloren! B sind jetzt drei Mann, die ich gesehen hab. Achtung, es braucht mal welche Schauspieler. Bei B, bei B. Bei B. Bei B. Bei B. Ich hab jetzt 5 Mann oder so. Also ich hab jetzt insgesamt bei B 5 weggeholt nach dem Nanner. Okay. Übers krank gewesen. Ich hab übrigens die Predator AG, die hau ich da mal raus. Hau die mal auf B. Ja, mach ich jetzt grad. Alter, bei B sind wir... Warte, 3, 2, 1! Wieso halt? Du willst jetzt nicht sagen, bei dem Netzdach auf B hab ich meine Predator drauf gehauen und ich hab keine erwischt. Die standen genau unter... Das ist der Schwachsinn. Ich musste von schräg rein hier brettern. Musst nicht auf den Netzdach. So sinnlos, Alter. Ich sollte mal vorreden. Dafür haben wir jetzt eine C. Pass auf, wir halten A und C jetzt. Ja, bitte. Okay, ich pack mal Scharfschütze aus. Kommt jemand zu A? Achtung. So, ihr wollt... Ihr wollt Krieg kriegen, könnt ihr bekommen. Ich mach jetzt von A nach B einen Stealthbombo. Wir sind in Führung. Alter. Charlie wird gesichert. Stealthbombo kommt. Lassi, bei dir sind zwei Gehörner an dir vorbeigelogen. Die saßen in die Linie nicht gehen. Weil die mich wohl nicht gesehen haben. Da geht's nur. Alter, Multi-Abschüsse. Boah, geil, Alter. Das Spiel macht grad übelst Laune. Ich bin grad bei A und schützt oder? So, Fahrer in Stars dann. Weil unsere Zuschauer immer so eiskalt geil sind. Na, machen wir klein mal zwei Folgen draus, oder? Ja, war sicher. Denk auch. Also, zwei fette geile Herrschaftsspiele heute für euch. Weil ihr einfach nur so ultra geil seid. Ja, und der war auf jeden Fall uncool, weil der ist gestorben. Oh, scheiße. Pass auf, bei A sind welche. Ich hab bei C einen Clamer platziert. Vorne an der Ecke, beim Gebüsch. Ich komm jetzt zu... Ich komm jetzt zu A hin. Bei C ist wieder keiner. Ich geh mal zu C. Ich bleib bei C. Geht ihr zu A. Ich bräuchte noch einen von uns bei C mit. Weil alleine krieg ich's nicht hin. Ich komm doch schon. Ja, ist ja gut. Hatzel unsere Höserische hier. Ich komm doch schon! So, mach' mal ab sich schon, ja. Ne Kleber, ne Kleber. Achtung da kommt ja gleich jemand. Cleber muss aus dem Betrieb. Jetzt gehst du zu klug, oder? Mensch. Achtung bei A sind den Unterwegs hinten. Das ist gerade weggeholt. Was ist das? Ich sag doch, nein. Nein. Äh, oh Pate, was machst du denn du für ne Scheiße? Für den hättest du das, wo wir das aufheben können, von den Cyber-Oben. Nö, glaubt er das irgendwo in de Budanik. Wieso, ich hab ihn doch. Na und? Lass mich so tun. Doch, ich kann B holen. Ich bin auch noch nix. Ich bin auch 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 nix. Yo. Okay. Ich bleib seit B in den Haus drinnen. Oh shit. Ich bin auch nix. Ich bin auch nix bei B. Okay. Okay, da guck ich mal in andere Richtung, okay? Jo. Ach du, wer ist hier noch im Tunnel? Einen hab ich gehabt. Ja, das Nightboard, so komisch so, oder Quickscope, das ist so. Wo geht der hin zu C, oder? Wow. Ich hatte gerade C gehabt, aber da war ein M gerade. Also, gehen wir zur Aue. Ja, können wir die Antwort machen. Ich schütze mittlerweile mit dem Zef, ähm, B. Okay. Oh mein B. Ego, jetzt wollte ich dich grad abschießen. Hörst du jetzt mal auf? Das ist doch voll im Flick noch. Hier ist einer Aue, genau in der Ecke, ey. Du Mistvogel, ey. Hörst du, ey. Hab's doch nicht. Schon wieder der Sniper. Ey, langsam geht er mehr auf die Nüsse, ey. Sehr gut. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. So, ich bin bei Aue. Nein, bitte nicht den Predator auf mich. Warum denn B? Weil die mich erschossen haben. Ich hab Aue. Ich geh zu B zurück. Sind gleich alle. Wir haben B verloren. B wird gesichert. Was war das denn? Ohhhh. Da kommen die bestimmt aus den Tunnel dort raus, oder? Könnte womöglich sein, ja. Bravo, wird gesichert. Ich bin bei B. Achtung, da ist denn jemand bei C. Ja, hab ich gesehen. Ja, den hab ich. Bin bei C, hab's da. Warte, da ist noch einer. Kaiser. Pit. Ich hab dir mal geholfen, ja. Ich hab dir mal geholfen, ja. Ja, danke. Das war's. Jetzt aber Harry nicht rummüllen. Weißt du Bescheid? Warte, wir haben wir. Alles klar. Hat sich grad erledigt. Danke. Okay, ich schütz mit der WM A mit. Oh, was? Wir müssen jetzt versuchen, alle drei Punkte einzunehmen, weil sonst kriegt man Probleme. Achtung, bei A ist wieder jemand. Absch. Okay. Oh, zwei Mann in nem scheiß Bunker und so drinnen. Oah. Ich hab zwei Claimers bei C platziert, eine an der Strauchecke und eine bei der vorne direkt. Das war ein Doppelabschuss, haben wir nice, danke. Das war eine Claimers, bei C ist jemand übrigens. Weil meine Claimers grad hochgegangen. Und ich hol mir Vorräte, Freunde. Und ich hol mir Vorräte, Freunde. Und ich hol mir Vorräte, Freunde. Da sind zwei. Ja. Na dann, versuch sie zu erledigen. Ja, nicht. Sehr gut. Ich hab übrigens einen Luftschlag, wenn's brenzlich wird, Freunde. Sag, wenn man braucht. Sag, wenn man braucht. Komm zu C. Oh, ne. Die Predator geht ab schon noch. Okay, lass 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 lass. Es ist, du. Er C kommt eh noch, glaube ich, nicht aufpassen. m aber erlöte in der jetzt in der Schweiz alle in der jetzt die In Bereitschaft, wiederhole Luftangriff noch. Wir haben hier die Führung! Nee, Mann, bei C, ey. Nein, ey. Luftangriff bei C unterwegs. Ich geh mal mit zu C hinter. Ich komm mal mit. Aufklärungsdrohne online. Der Feind blockiert unser Radar. C wird gesichert. Sehr gut. Zwei, zwei, ich hab alle Bede, ich hab alle Bede. Okay. Bei A, bei A. Aufklärungsdrohne online. Wir haben einfach verloren. Anna. Das ist jetzt ganz ungünstig, ey. Bei A, bei A komm ich grad raus. Wir verlieren C. Ich bin bei B. Okay. Okay. Okay, ich bin auch nicht näher. Wenn wir blicken. C, habsch. Sehr gut. Leute, sehr gut macht ihr das. Zwei. Nein. Bravo, gesichert. Wir sind in Führung. Das wird ein knappes Spiel, aber. Hast du A verloren? Mach das noch. Auch noch. Ne. Wir haben A verloren. Wir fahren auf Teamvergabe. Wieder mal. A, komm, die von hinten! Ah, da ist wieder A einer. Geh, 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 geh zu C. Zu C, zu C. Guck, ich hab gar nicht hin. Also ich bin nicht in der Nähe, Mann. Sack davon. Fuck alter, wegen EINEM PUNKT, ey. War aber trotzdem gut, ey. Boah, ey. Da wollte er noch gerade zu B gehen. Ey Schnauze, du bist schuld. Ne, Quatsch worden, Scherz. So, okay, ja, Freunde, erstes Spiel war auf jeden Fall von der Spannung her, ja, an der Grenze des Vulkans. Also, wenn's nach mir ginge, ich war gesprungen. Und, ähm... Jetzt kommt die nächste Runde, mal sehen, was wir da haben. Abstimmung erfolgreich erst mal. Wir wollen keine Garage, wir wollen... ...Afghan! Diesmal ohne Dani und 4 Payflows. Ohne, dass ich wieder rausgekickt werde. Aber für Dani kommt auf jeden Fall jemand, äh, ist natürlich jemand Besseres da, weil der Self ist ja bei uns. Das darf's ja klar sein. So. Und, ja, mal sehen, wie's hier läuft. Ob's genau so knapp wird, wird sich alles zeigen. Wenn wir bei A anfangen, da geht dann, äh, zu B, oder geht jemand hinten rum zu C. Okay. Ähm... Mal gucken, wo ich rauskommen, hä? Denk mal, B können wir ruhig mitmachen, da muss man aber schnell sein. Also, ja. Also, ich würd sagen, wenn wir da bei A rauskommen, gleich A und B einnehmen, weil ich denk mal, die anderen, die laufen sowieso gleich aufs Plateau. Aber wenn sowieso, wenn andersrum, dann C und B. Okay. Okay, wir kommen bei Dings raus, also einer läuft zu C? Nee. Doch, einer läuft zu C und einer läuft zu A, äh, zu B mein ich. Hör doch mal das Maul. Ich bin gerade bei B in der Nähe. Wir sind alle dort. Wir sind alle dort. Na gut, da rein ich dort hin zu B. Okay, da geh ich zu, äh, zu C. Wer kommt mit? Okay, einer kommt, ich geh schon mit. Der Feind hat A! B gesichert! B gesichert! B gesichert! Ey, Bill, ist jemand? Ja, ich bin gerade unterwegs. Freue du Dir. Gleich paar Abschuss gemacht. Ich bist bei Horte, Alter. ... ... und ist ein Kinder bei bohavo Ich bin doch bei bohavo, ist alles gut Was du hast Alter, ich fuhre dich, ich kann das abschießen, sehr Aufklärung. Ich bin immer noch bei B in der Nähe. Sieh runter, da geh ich an die andere Seite. Vorsicht, bei B ist jemand. Da ist nur bei B und schießt nicht. Ich bin nicht bei B. Ich sag mal, willst du mich verarschen? Ich fahr vor, meine Herren. Ja und? Ne, na und? Wollt die auf die ... die Runde drauf kloppen. Nein. Bei B ist ein Harrier. Bei R kommt ein Predator. Jetzt kommen zwei hoch bei C. Hab ich. Der eine würde den Klammower vor uns machen. Ja. Was war? Der eine würde vor uns den Klammower machen. Lache ist das unsere. Oh. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren Alpha. Alle Positionen abgeriegelt. Positionen halten. Wir haben Alpha verloren. Die rennen alle zu B durch den Dünneser vor oben. Wir haben uns Atten und seine Pfeife lecken. Sein Eigen ist ja ekelhaft. Und wiederhole. Vorräter warten auf Zielvorgabe. Vorräte sind unterwegs. Kampfhubschrauber. So, ich hab mal meine Geschütter. So, ich hab mal meine Geschütter. Ich hasse ... Ich hasse ... Ich hasse diese Vorräte, die nur aus Munition bestehen. Das ist so was von sinnlos, Alter. Ja, weil ich doch nicht weiter abgeknallt wurde. Ich versuche, zu kommen. Wo stelle ich das Geschützten? Oh, bei C ist ruhig, da kann ich auch nicht, ich hätte die auf den Sack gehen. Ich mache dann mal an. Alter, der Ronny mit dem übelsten Geschütz, da brauchst du aber, stellst du denn dorthin noch was? Ja, aber bei B will ich ungefähr. Ja, ich wollte jetzt gerade zu B. Denn bei C ist es so ruhig, ja. Kannst du mir echt noch die R lutschen, ne? Das kannst du machen. Soll ich noch vorreden? Haben die da eigentlich Schütz hingestellt oder sind wir da? Es geht. Wir. Alles klar, da geht's. Joa, ich wurde trotzdem abgeknallt bei B. Und... äh... Was ist mein Kampfhugschrauber immer noch da, ja. Ich hab nix mehr reden. Was war das denn? Achtung, oben in den Haus drinne bei A sind drei Stück. Ach, wir rotzen euch weg. Hinten bei außen jetzt welche und jetzt kann man aber zu B gehen, weil die jetzt alle auf Weg zu außen sind. Versuch bei B jetzt. Okay, ich komm zu A runter. So, Kampfhugschrauber. Joa, in dem Haus. Den eh, den hab ich ja vorne, Hatzl. Achtung, von der Seite. Weiter A auch noch holen? Joa, hau, ne, 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 warte noch, 185, ach, lass es, lass es. Da mein Geschütz irgendwie hingestellt. Joa. Ob es Richtung Tod zeigt. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Ne, wir hätten jetzt ja keine andere Art, wir sind doch nicht schwul hier. Jetzt reicht's aber langsam. Bei B kommt jemand, Achtung. Okay, ich bin unterwegs zu B. Äh, ich stür, bei B ist Ruhe, weil, äh, meine Klemung hat gewirkt. Willst du auch holen? Ne, ne. Ich kann doch holen. Ey, der will unbedingt uns ätten, no. Alter, kommt, man. Aber weißt, was ich da zu sagen, Ronny? Oh, schwer, blöde, mein Ballon, ey. Was denn, Heiko? Na, ich hab doch gar gesagt, weißt, was ich da zu sagen, von wegen, weil da wollte das, äh, also, da will uns unbedingt ätten. Ja, und der hat schon gesagt, weißt, was das ist auch? Oh, schwer, blöde, mein Ballon, ey. Ist so geil. Achtung, bei C rennt immer oben rum. Ich hab Vorräte. Ja. Vorräte sind unter links. Oh mein Gott. Ich lebe, weil du auch grad immer hin. Achtung, feindliche Vorräte. Hier, du hattest doch deinen geschützt in Richtung Bunker stehen, Zefner. Ja. Ich stell mal meins hin. Achtung, ruhig. Dadurch kann man geschützt. Ich zählt in zwei Mann. Sehr gut. Wie viel? Bei. Okay, ich hab einen eng. B hab ich grad noch oben weggemetert. Ich hab auch noch einen gekillt und einer war da noch oben. Aber wir haben ja A und B, das, das geht schon mal. Vorräte sind unter links. Aufklärungsdrohne online. Ich hab einen 3-fach Abschnitt mit dem Predator übrigens noch. Jawohl, jetzt kommen wir ja A und B, das ist ja noch teig. Hier, äh, ich setz einen Harrier noch. Setz dich bei 10. Risch. Höh. 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 Ich hab nichts einstecken. Ich könnte zwar machen hier, aber das ist die... die einfachste, hässlichste... Hab ich auch. ...Raketenwerfer, was ich hab. Hab ich auch. Okay, da fliegt schon. Einer war an der Stelle, wo es in... wo es in diesen Untergrund geht, äh, hier... hier an der Seite auf dem Berg, ne? Da hab ich mich... da hab ich mich von hinten angeschlissen, äh... angeschlichen und hab ihn gemessert. Okay. Oh, ne Flugzeigfrag ist immer dran, ne? Und dann haben wir... ne mehr gekostet. So, Parallelber kommt. Mal sehen auf C, wie viel haben wir schätzen. Ja, eles müssen verteidigen werden arkankommen im Anflug. attered lighten Signale ich hab' mir Vorräter. важlich difficulty offs edgead und an etwas restlich treffen. So, ich hab' ja gewählt, wo soll ich's hinstellen? Oh fuck Best bei A oder so Ja, ja, ja Nee, ich tue es bei A hin mit C auf dem Bunker und ich weiss auch schon genau wo Bei A kommen jetzt 2 Mann äh 3 Mann wenig Boah Heißt Master Bull ey mit seinem Scheiß hier Ja genau So schalte die B, hab so kein Problem Ich hab's geschickt stehen, sonst ist ja so geil wo das steht, aber bei A das fetzt Und das wirkt sogar Welt ist gesichert Ah das Ding haben wir eh gewonnen So das wars alter Die Herausforderung angepasst und gewonnen Ja haben wir geil Freunde Wir waren bloß noch Ja Leute gegen Das machte aber erstmal nicht Wir haben eh gewonnen Und ja meine Stats habt ihr grad gesehen 44 zu 6 Macht aber nichts, weil andere sind genauso gut wie ich und sowas, also der ganze Clan Wenn man das alles zusammennimmt Das ist Wahnsinn Und ähm ja Damit sind wir raus, war uns für folgen Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, lasst einen Daumen und einen Kommentar Tschüssi 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 Tschüssi